Eine 2-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Friedberg. Die Immobilie wurde 1993 erbaut und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche und einen Parkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 55 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Dachgeschoss-Wohnung auf 660 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020